hallo da sind wir wieder der fessel und der krieger und sens ja und wir haben uns ein neues ausgesucht das seht ihr jetzt hier da so und das ist jetzt die aufgabe ja haben diesen ja blauen vogel nachzubauen das problem sind die konturen meiner meinung nach aber ich denke dass das ding sollte schon mal ein bisschen einfacher sein als der weihnachtsmann wir haben uns deshalb gesagt wir schrauben das zeitlimit runter auf 15 minuten korrekt so alles ist erklärt in der video beschreibung in der video schreibe in den video kommentaren findet ihr zwei kommentare von mir ihr könnt keine kommentare schreiben ihr könnt aber auf die kommentare unten ja eine bewertung abgeben findet ihr dass der fessel es besser gemacht hat gibt dem fessel einen daumen hoch findet ihr dass ich es besser gemacht habe gibt mir einen daumen hoch findet ihr so ein video geil so eine art kleines battle dann gibt dem video einen daumen hoch findet ihr scheiße gibt dem video einen daumen runter ja so bist du soweit ich bin soweit dann geh schon mal in die lehrer scheiße ich bin bereit ja so 3 2 1 start go let's go let's do dies wenn du wenn du wenn du so den bauch von dem fies denkst du eigentlich da müsste es doch ein layer geben aber gibt es nicht gibt es leider nicht ich habe auch voll die probleme die größe einzuschätzen naja das ist echt schwer ich bin auf jeden fall ein dicken vogel nur 15 minuten da verklickt das gut zumal der fessel das dreck schwein hat es auch wirklich raus mit diesen konturen also beim weihnachtsmann da hat er schon richtig fein gemacht hat der schon vorhin gemacht der kleine einfach nur ein traum das ich hier baue farbauswahl was ist das denn für ein blauer was ist denn hier noch los bei mir das freut mich gerade auch weil jetzt noch dicke party an gesundheit sagt man du arschloch gesundheit du arschloch auch der flüge das sieht so simpel aus dieses kack symbol sieht simpel aus ist er doch also 11 minuten So, was ist das denn für ein kleiner Nippel da? Also auf den bin ich stolz. Auf was? Auf den Flügel? Auf den Flügel bin ich total stolz gerade. Korrekt. So, da können wir, ne, da können wir nicht. So. Wenn ihr meint, ihr könnt es besser, zeigt es uns. Ich bin gespannt, ob sich da jemand vermeldet. So. Zack. 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 Das Teil. Da hin. so 8 Minuten Das ist aber auch ein Kackvogel, ne? Ich finde den... Darf ich den Schnabel, wäre ich schwierig finden Ein richtiger Kackvogel Nein Copy Real 6 das ding in hier hin man kann schon erkennen du kannst es schon erkennen schon mal gut so 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 schnabel schnabel wie machen wir dich denn fünf minuten okay farbauswahl das ist eine fintona orange hast du die in den ganzen anderen schon fertig ich brauch die beine noch noch keinen plan wie ich die machen soll ich hab nicht mehr so viele layer übrig dein körper passt schon ganz ja natürlich auch gut ja ich hab zu wenig layer krieg die beine nicht hin so 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 Haben wir hier nicht noch was, was man ans Bein nehmen könnte? Ne? Ne? Drei Minuten? Scheiße. Nein. 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 Wie lange noch? Irgendwie so 2.30 da um den Weg. Wo ist dieser scheiß Leer? Da. Nein, schön. So, mal gucken, ob ich hier noch jemanden rausnehmen kann. 1.45. 1.45. 1.45. 1.45. Mhm. 1.45. 1.45. 1.45. 1.45. 1.45. 2.45. 2.45. 1.45. 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 2.45. Sekunden. Wobei, komm. Also, ich möchte sagen, man kann erkennen, ja. Speichern und auf COD-Karte anwenden. Dann save and apply to player card. So, wo ist denn dein Moppet? Deiner sieht auch geil aus. Ja, es ist schade, dass man die Füße nicht so richtig erkennen kann, ne? Ja. Es ist ein bisschen dunkel. Aber, wenn man genau hinschaut, dann sieht man das. Mal gucken. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt im Catcher-Bild aussieht. Ja, ich bin gespannt. Also, ich glaube, während man das editiert hat, hat man es auf jeden Fall gesehen. Ja, man sieht ja beide Videos. Ja, genau. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich auch. Also, ich habe auf jeden Fall die Farbe wesentlich besser getroffen. Auch die Größenunterschiede der Augen. Was? Das eine ist ein riesen fettes Klubschauge. Ja, ist es doch bei mir auch. Hast du Nasenlöcher? Nein. Das ist auch nicht, okay. Ne, Nasenlöcher hatte ich keinen Platz mehr für. Und deine hat mehr so die Wohlstandspocke. Ja, das ließ sich leider nicht vermeiden. Ich habe den zweiten Flügel vergessen, fällt mir gerade auf. Ja, genau. Du bist halt ein Halbseitensprostiker. Aber passt schon. Gut. Das war Fössl vs. Krieger. Wir basteln Embleme. Ihr könnt uns mal gerne eure Videoantworten schicken. Ihr habt ja genug Zeit. Ich bin mal gespannt, was ihr da rauszaubert. Videoantworten könnt ihr mir dann zuschicken. Und wir sind raus. Gutschuss, euer Commander. Und macht's gut. Hupen vom Tisch. Schön warm anpacken. Lass es nicht abrennen. Tschüss.